Der Zugang zu Medizin im Hinterland bleibt diesem Lauch verwehrt. Daher wirkt er auch bis auf den viel zu großen Kopf so ausgezehrt. Mann, der ist horny wie ne Ziege und man seien sogar schon Kadaverschenten. Mit Gliedmaßen wie Zahnstocher, als wär so ein behindertes Kastanienmensch. Ja man, ich bin echt ein bisschen angepisst, weil dieser Fickfehler war die letzten Wochen mein Thema. Ey, du bist nicht gefährlich, du siehst aus, als wären deine besten Freunde Jochen und Eva, als wärst du aus Hogwarts so leerer. Ey, ich bin zwar kein Hellseher, aber nach dem Ding geht Wolf mit gesenktem Kopf durch Erfurt, als wär die Forza aus Jena. Ich glaub, wenn ich dich fick, verreck ich elendig, denn ich kenn dich mindestens so gut wie meine Westentasche. Gonna catch them all, weil ich mich für den Besten halte und redest du von catch them all, Holmes. Ja dann meinst du Geschlechtskrankheiten. Ey, gegen Reineken sagst du, du spielst beim Sex, das Kondom ist Lava. Voll komisch, ha ha. Die schreibt mir, komm spielen, ich bring meine ganzen Jungs mit und wir sind verkleidet als Charaktere aus One Piece. Ey, dann steh ich mit ein paar Lenzern bei der vorm Brett schrei, machst Loch auf Bütch und in dem Bruchteil von einer Sekunde bekommt die Bütch nach innen zerrissene Klamotten von einer Kost in dick. Ja man, die wird sowas von trocken in jedes Loch gefickt. Ey, und seit Wolf das herausgefunden hat, hat das einen ganz privaten Nahostkonflikt. Peinlich, Tobi man, du schwimmst hier mit nem Haifisch, verpiss dich lieber wieder in dein Online-Forum Kinderbecken, denn ich fahr von Darmstadt nach Erfurt, nur damit ich dich da behindert slappe. Ey, und wenn du findest, dieser Part war zu viel Pathos, schäm dich, denn on stage fick ich dir jederzeit dein Arschloch cremig. Ey, EZL, EZL, du bist jämmerlich, Wolf man, ich riecht dich zu hart. Ich werd nur jetzt aufhören zu rappen, wenn dich jemand mal richtig umarmt. Na, wenn ich die Crowd sehen will, dann töte ich auch ihn. Deine Bitch ist in mich krass verliebt, deswegen wirst du abserviert. Ich klatsche auf den Arsch und die Backen wackeln wie bei Baba T. Ich verbrenne dich wie heu mit deiner Punk-Frisur. Du Schwuchtel machst auf Jack Sparrow, wie kannst du nur. Das hier ist mein Rache-Schwur, du hast recht, ich bang-biter. Wenn meine Jungs kommen, ist es wie bei 300 Rise of an Empire. Verarsch deine Fans weiter, du denkst dir, das kann man machen. Was ist Snake beim Fischen? Natürlich ein Angelsachse. Ich bock's dich und du fliegst über Erfurt, denn ich schlag dich heftig. Und dann sagen die Leute, ist das ein Vogel? Ja, tatsächlich. So wie du aussiehst, kommst du aus dem Vogtland. Bei dir wird der Cock hart, wenn du einen Besen im Arsch hast wie in Hogwarts. Beim Quidditch dein Image, das fick ich, du Krüppelwitz bitten. Doch findest dein Flitschen im Zimmer auf meinem Bimmel geritten. Und auch in dem Format wird aus dem Scheiß-Spaß wieder nicht mehr. Er ist so einer, der in den Kommentaren schreibt, JBG3 wird alles ficken und 1-8-7 mit Herz. Findet ihr das witzig? Ja, findet ihr witzig? Glaubt ihr, das ist Comedy-Man, der vierten Tagebuch und singt dabei Girls just want to have fun. Ja. Ey, yo, du und deine Lines. Ich hoffe, ihr merkt, wie gefrustet ich bin. Ein Virus gegen mich, trotzdem guckte ich hin. Und dann dachte ich mir lachhaft, die Fotze kommt eh nicht. Den kommt euch doch aus mit ein paar Hustenbastillen. Ja, Mann. Wo ist doch der Virus, Alter? Mann, ich halt mein Wort. Ein Künstler muss seine Kreativität lebhaft auf der Leinwand zerstreuen. Ich wickel die Mutter von Wandelbars schnell auf meine Finger als ein Tipp für ein Joint und danach verprügel ich sie. Ja, nice. Mann, Quatsch, ihr könnt aufatmen. Keine häusliche Gewalt. Ich schlag die Schlampe draußen im Garten, Alter. Denn du und deine Stoffstreutchen sind doch solche, die denken so nice, Junge, wo Jungs wie wir denken. Oh nein, Mann, ist besser, wenn ihr tot seid. Das ist so mies, ich schlau ein bisschen koninkert. Und was, wenn du mal mitmachen. Und was, wenn du noch mal mitmachen. Ich bin in drei Monaten, ich bin in drei Jahren mit zehnt. Ich bin in drei Jahren mit ein paar Hustenbaste. Und das ist abgesagt. Und das ist hysterisch. Und das ist gesagt. Schaut's euch an, ich hätte betteln, ihr habt ja eine blaue Jacke. Schaut's euch an. Diese blaue Jacke-Thema muss ich mal adressieren. Ich bin nicht gekommen, um dich zu betteln. Nee, Alter, ich bin gekommen, um dir ein paar neue Kleider zu spendieren. Ey, yo, ich scheiß auf dein stinker Showpark. Hau dir ein Loch in die Fresse, bis du ausstest wie ein mieser Donut. Hast ne Delivery, wie mein Opa und deine Siegesaussichten existieren nicht. Wie in meiner Größe ein Schienbeinschoner. Um mich zu besiegen, macht der Hurensohn Reimketten. Du bist so wake, du verlierst ein Chromosom beim Rappen. Und ich weiß, dass es im Goyner Schwert fällt, in den tiefen Schlaf zu gelingen. Weil sogar die Schlafe, die erzählen muss, sind zu fett, um über einen Zaun zu springen. Ich werde diesen Broker dissen. Und ich will nicht meine Oma ficken. Du hässlicher Spaß. Das Beste, was du kannst, ist Coca-Sniffen. Und deshalb meine ich auch keinen Springfield-Charakter, wenn ich sage, mit dir will keine Home mehr Simson. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.